so willkommen weiter geht's ja wir haben gerade alles gerockt hier jetzt haben wir den anderen ein bisschen zeitigern damit die die bauten zu einnehmen und jetzt geht es weiter panzer geradeaus getroffen weil sind angebracht läuft aber noch nie kaputt getroffen so typ ist oder nicht von uns glaube ich ja ich habe nichts mit ja dann durchsagen aus gut passt ich habe mal wie ich sag mit mir vor uns auch man scheiße ja was balladier wohnsee der typ da läuft irgendwann darum super sniper auf mich ballad das war jetzt hier in dem fall im pionier das war eher suboptimal scheiße das ist aber gestorben die sorge hat wieder da sind ein paar aufpassen ja die holmann zu kommen das ist dann näher von diesem mast irgendwo da wo denn hast du gekriegt ja ok habe ich gut gezielt noch mehr genau das ist nämlich überall die waren nämlich hier habe ich erwischt da ist neuer die flak war artillerie schlag fertig ja ich habe ich bin jetzt einfach mal und links hinter uns zwei typen ich sagte die renne über europäer aber jetzt nämlich die auch dings das ist auch dings das ist besser im falle wir anwesert werden haben wenn man welchen sich laut und go wird eine güte und das typ natürlich um ein wesentlich nicht damit er merken ist aber ja spannende aber echt schlimme sache wenn sie aber doch hier oben war bestätigt ich hätte ja wohl nicht rum oder fliegen man eine runde da kann aus okay es war ein panzer oder sowas ja sollte sich da unten aber nichts mit ist dort ist schon weg hast du gekillt aber ich habe noch gut getroffen ich kenne hier meine punkte entnehmen hier das ist nicht unser das war knapp hau der schmied ab ab getroffen ich auch sauber ja das ist kein problem bitte selbst wenn das anvisiert wo sind die ganzen affen hier da panzer 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 vor uns sehe ich nicht oder unter uns das ist egal nicht so hoch hoch mit ihr da war das schießt auf uns gut gut ganz ruhig ja ich kann aber nicht immer schnell das geht nicht ja dann bleib oben der panzer kriegt uns nicht der eine ist weg daneben war noch ein typ der schießt du mir gerade auf uns kann aber schafft er nicht ist nicht schlimm wenn die raketen sowas weg ich hab vielleicht gedrückt keine ahnung ja das war doch was anderes schade es war alles möglich jetzt aber es ist egal wir haben es trotzdem was geht los alles freie sekunden ja schnell h getroffen weg ist er das panzer hinter uns umdrehen hoch du kannst du jetzt mal was anderes rein dem haus hatte ich habe schon mal so dass ich auch nachladen und so drin sieht es aus der typ ist halt ausgestiegen ist die ob der da ist oder nicht da ist noch einer von uns er kommt er schafft hat glaube ich nicht ich weiß nicht mal wo der gegner ist wenn man gespannt was bei b abgeht jede menge verschießen sein dass sie wieder da oben rumeiern da ist einer dem hole ich ja 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 passt schon naja das dumme ist immer die verzieht immer der steuer hier kannst du doch raus scheiße ist irgendwie zu sehen schießt was drauf habe ich die typen 20 prozent oder so mann 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 normal ist ja krank das ist ja psychisch labil hier ja ich bin schon so machen hier bei 3000 grad da gerade aus gegner weil moment jetzt habe ich erst mal wenn es auch schon mal wo ich glaube der panzer die da oben auf den typischen berg dass die den punkt nie mal einnehmen mein gott hubschrauber der ist gelandet so sie guck mal voll ja sauber erstmal oben auf den berg oder ja ich bin auch eingetroffen ich habe es gesehen ich habe ich habe es gesehen ich habe ich habe es gesehen ich habe es gesehen ich habe es gesehen ich habe es gesehen ich habe so dann noch mal ist ja wohl die sozialen stadt ja das ist jetzt fliegt ordentlich geht er gar nicht die nächste runde mit einer kammer das so kommt rechts rum und berg alles klar alles andere ist mir scheißegal davon da oben hat so besser die placktreffen denn auch hier scheiße drehen kann ich jetzt nicht aber der fliegt aber zu der punkt ist mir egal ich wollte die typen hier oben da also da haben wir gewollt so irgendwas schießt auf uns wir sind gleich tot hubschrauber so noch hinter uns ist unser da haben wir mal nein ist nicht gut weg raus markieren kommt ab also jedenfalls so sicher mit markieren will ich nicht ausgesprungen der typ panzer 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 er ist im panzer und somit ist markiert wollen wir gelacht bin tot ja ich habe zerstört hier war noch ein typ aus dem markieren funktioniert nicht also ich kann ja du musst halt so eine kunde drauf bleiben dann wird das viereck was du hast dann noch mal bitte untersetzt noch zum viereck und dann kannst du schieben ok da gibt es aber kein sound oder was so deswegen ich war die ganze aber auch so ein gepieper alter worte truppen ich mag es halt wenn es piept doch jetzt zwei panzer ich sehe und der kommt wie gerade panzer holen nicht so tief ich muss kann ich nie anwesend wusste dich viel hat er nie mehr wir auch noch du solltest dich mal für eine seite entscheiden haus aber ich habe sie noch erwischt verdammt ich kann mit dir da oben läuft ich bin tot wo bist du überhaupt ich bin tot oder was ich bin tot so kann vergessen gut schon ich bin gewahrt der linie zu naja egal ja wir haben auch kein wir können sie auch schon übernehmen naja kommen wir bei denen passt schießt dann mit der mg wir sollen doch mal absprechen welche seite du rechts raus bin draußen ich auch aber was tut eh ah ein sniper ist hier was wo in richtung in den wäldern da links von zee aus links der panzer schießt doch drauf oder was soll man mit dem tome oder was nein du bist du bist du nein ich sehe nicht genau da ich hab mal markiert wenn er mich nie gesehen hätte ich schalte schieß drauf ich hab mir schon ein paar mal getroffen haben danke oh sehr gut schade mann ich ja auf die entfernung kannst du aber stecken oh ist da noch mehr ja da sind noch mehr da oben ist noch einer haben getroffen hochweg ich wurde aber auch erschossen scheiße schon wieder einer getroffen scheiße verdammte scheiße damit er schießt hier auf mich das ist auch echt komisch du hier ist doch alles weg was irgendwie schießen kann also auch hier bei c schießen sniper auf mich ja ich kann nichts machen ich bin hier gibt es keine fahrzeuge aus dem hübschrauber ich mache jetzt eine rotkot achtung rechts von bei c rechts hoch beim berg oder beim berg ist neu wo na ich guck grad rechts ist ein hübschrauber also vor uns na ja ich bin gerade in dem anderen hübschrauber ach so du bist hier nicht drin jetzt bin ich tot da rennen unten noch ganz viele rum soll ich bei dir joinen lohnt sich das oder oh lohnt sich scheiße sehr ab hoppala hab aber gegillt ja und sauber so muss es sein wir haben die meisten punkte, hast du das schon ausgefallen? wir sind ja auch besser ok so jetzt nehme ich doch mal die rakete lassen wir jetzt mal weg ist ja immer noch genug schrauber da nee das ist doch zu kalt die können ja eh die kriegen viel zu wenig zu holten irgendwie schon hier sind wir hundertprozentig sicher hier oben stand doch hier oben stand doch vor dem panzer da ist er, komm den holen wir uns jetzt ja mit sprengtuch ab drinnen das heißt wir kriegen jeden panzer atleten na dann mal los hier oben unterwegs ohne hier hol mal den wenn wir den park aufgefahren du bist ja schon mal sehr gut gefahren ich bin mal auf dem querfeld ein du kenn ich das Leute sind dir gelernt hier geradezu da drinnen war auch wo ein Typ ja, sniper da liegt es doch noch ja, dann guck ich mal was an und ich schießt irgendwann panzer oder irgendwas auf uns ja hinter uns links ich habe auch hier so ein scheiß typen ballern oh man komm schießen ab ah hier ist ein typ ja soll ich doch hörte mich abgeschossen hast du das gesehen? ja ja das ist nicht schön ich bin ja gerade raus und habe gesucht halt scheiße so aber die Kaskar gehört die tröte kam gerade dort das ist gleich vorbei ohhhh alle glauben bei dem panzer ich will die mit euch fahren ich möchte mein teamkollegen haben ich bin immer noch hier ey der nächsten gekillt ist versuchen der panzer zu killen hier einer gegen alle oh shit jetzt kommt noch ein panzer ein panzer und ein typ ein paar so ich bin drin zentral ist sowas so lange dauert die immer in der vorne ist fährst du aber langsam ja muss mal eine speed option rein machen bei battlefield gab es das gewesen so irgendwie gab es das ja bei battlefield 3 ja vielleicht schafft man es jetzt kommt gib alles ja du hast volle breitseite yes ja getroffen bleib stehen hier sind zwei typen da da ist noch einer ja ich habe leider keinen zu direkt an der ecke der zieht auf uns hier vor uns siehst du den appen den haben wir jetzt auch hammer jo panzer panzer uff der hat immer viel weg weg typ ist auch mal ausgesucht wo rennt er lang hier kleine schwachte weg da weg los du musst es sein hier muss er komm 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 der kann eh bis hoch punkt einnehmen hubschrauber ja gut punkt wird eingenommen passt so weiter kommen jetzt reißen wir das spiel nochmal raus hier ja logisch ja logisch wie bei uns ein hubschrauber gleich rechts oben ja lass dir ne ruhe kommt nix hier braucht grad den typ na schießt du von uns trifft sogar ich reparier ich suche ihn grad mal ist weg wurde abgeballert ja ich stelle jetzt von in die ecke hier sollen wir sehen was jetzt kommt wir können mal kurz erwarten bis die anderen leute mal nachrücken wenn sie nachrücken wenn sie nachrücken soll ich drauf ballern auf dem hubschrauber ja na sauber alter geil wurde aber noch von uns an getroffen der ist auch nicht schlecht äh panzer links jetzt der ist jetzt links hinter dem kaputten haus ja der ist aber nicht besetzt nur wenn wir machen kaputt ich schieße doch hier ruhig was hier links panzer hier links ja links 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 ha der wollte sich neu holen ich hol mir schnell den panzer bevor er hier genau macht den kaputt ich hol mir den anderen schnell ich hol mir schnell den punkt ok ja 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 das wurde noch ein spannendes spiel ähm es geht weiter am nächsten jetzt gleich hubschrauber genau freut euch bis dahin liked uns und bis dahin tschüss like 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 und bis dahin